Wer wird sich die Krone des europäischen Vereinsfußballs sichern? Bayern München oder Borussia Dortmund? Seit einigen Jahren werden bei wichtigen Fußballspielen gerne Tierorakel befragt, um den Ausgang hervorzusagen. Klar, dass dies auch bei diesem Finale wieder der Fall ist. Die Aussage von Elefantendame Kita hat allerdings auch wirklich Gewicht. Immerhin wiegt sie dreieinhalb Tonnen. Kita schoss am Tag vor dem großen Spiel auf dem Elefantenhof in Placcio auf zwei Tore. Die jeweils mit den Fahnen des FC Bayern oder des BVB versehen waren. Zwei Halbzeiten wurden ausgespielt und dann stand das Ergebnis fest. Das Spiel, also erste Halbzeit war unentschieden. Und die zweite Halbzeit, die hat es dann gebracht. Tor für Dortmund. Und das sind die Gewinner. Ob Kita auch wirklich recht behalten wird, das werden wir allerdings erst am Samstagabend wissen. Doch eines steht bereits fest. Borussia Dortmund oder Bayern München. Hauptsache Deutschland.